Moin Leute und willkommen zu einem neuen Update Video. Es sind ein paar Sachen passiert und zwar haben wir ein neues Item bekommen, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ein Item wurde gewaltet und ein paar Sachen wurden verändert. Als allererstes hier vorne bezüglich Item Shop, denn jetzt können wir Skins wieder zurückgeben. Also ich beschreibe euch mal das Ganze, wie das funktioniert. Und zwar, wenn ihr jetzt im Item Shop seid und den Creator Code Oleg eingetragen habt, dann könnt ihr hier irgendetwas erwerben. Also ich kaufe jetzt einfach mal diese Pose hier vorne. Ich sage jetzt zum Beispiel einfach mal erwerben. So, dann müsste ich jetzt die Möglichkeit haben, diesen Skin wieder zurückzugeben. Hier steht rückgängig. Die Sache ist nur die, ich kann nur so lange auf rückgängig drücken, solange ich den Item Shop nicht verlasse. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehen würde, ich glaube, hier müsste es noch funktionieren. Wir probieren das Ganze mal aus. Einfach nur für euch, damit ihr das Bescheid wisst. Ich gehe mal hier zurück. Ich bleibe mal hier in diesem Bereich kurz drin im Item Shop. Ich gehe nochmal auf die Kaktus Pose. Okay, ich kann sie dann nicht mehr zurückgeben, die Kaktus Pose. Also ihr habt es eben gerade gesehen, man muss quasi in diesem Kaufbereich von dem entsprechenden Item sein, um es wieder zurückgeben zu können. Direkt, also sobald ihr dieses Menü verlassen habt, könnt ihr es nicht mehr rückgängig machen. Das ist sozusagen einfach nur so ein rückgängig machen Button. Das ist jetzt nichts, wo ihr irgendwie erstmal irgendwas ausprobieren könnt und dann wieder zurückgeben könnt. So funktioniert das nicht. Das heißt, im Menü bleiben. Und es ist so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Gegenstand gekauft habt, also ich würde jetzt mal das hier kaufen, würde es einmal zurückgeben, dann könnt ihr denselben Gegenstand nicht nochmal zurückgeben, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, ihr könnt nicht die ganze Zeit kaufen, zurückgeben, kaufen, zurückgeben, kaufen, zurückgeben. Das geht nicht, ja. Also ihr könnt es ein einziges Mal machen. Dann muss man irgendwie eine gewisse Zeitspanne warten, um dasselbe beim selben Gegenstand zu machen. Ich könnte aber jetzt zum Beispiel jetzt diesen Kraken hier vorne kaufen oder ich hole mal zum Beispiel diesen Skin mal ganz kurz. Ich gehe mal auf Erwerben. So, jetzt habe ich mir den geholt. Und jetzt kann ich ihn auch rückgängig machen, genau. So, ich habe die wieder zurückgegeben und meine V-Bugs sind wieder drauf. Wenn ich es nochmal machen würde, würde es nicht funktionieren, ja. Das nur als Information für euch, damit ihr Bescheid wisst, wie das funktioniert. Es hat nichts damit zu tun, also mit diesen drei Gegenständen, die ihr irgendwie Lifetime zurückgeben konntet, die einen Monat alt sind. Damit hat es nichts zu tun. Es ist ein komplett neues System, was jetzt integriert ist. Im Prinzip für Fehlkäufe, wenn man versehentlich auf Kaufen drückt, dass man es schnell wieder zurückgeben kann, wenn man einen Fehler gemacht hat. So, jetzt kommen wir zu den neuen Items, beziehungsweise zu Items, die entfernt wurden. Und entfernt wurde die Hunting Rifle. Die ist nicht mehr im Spiel. Die wurde entfernt. Epic Games hat letzte Woche bereits gesagt, dass sie der Meinung sind, dass es zu viele Sniper im Spiel gibt. Und deswegen musste im Prinzip eine raus und es hat die Hunting Rifle getroffen. Ein bisschen schade. Ich bin ein bisschen traurig darüber, aber es geht. Also im Late Game, gerade in der Arena, ist es gar nicht so schlimm. Dann nimmt man die eigentlich auch nicht mit. So, und jetzt kommen wir zu dem ganz neuen Item und zwar hier dieser taktischen, ne, der taktischen, der taktischen Flasche. Dem Sturmdreher. Ja, das ist der Sturmdreher. Ja, den kann man nur in Einser-Stapeln mitschleppen, was auch gut ist. Ja, denn, ich sag's euch, Leute, dieses Item ist Hardcore-OP im Late Game. So, ich schmeiß die erstmal hin, dann gucken wir mal drüber und dann sag ich noch ein bisschen was dazu. Das ist die Flasche. Ich schmeiß die jetzt irgendwo hin. Hier ist jetzt keine Zone in diesem Bereich. Ja, ich bin jetzt hier im Playground. Ich schmeiß die irgendwo hin. Und dann bildet sich hier vorne eine Kugel, eine Halbkugel. Ja. So. Das ist ziemlich groß. So, und da drin befindet sich jetzt der Sturm. Wenn ich da reingehe, macht das 10 Damage, ja. 10er-Ticks. Das liegt aber nur daran, weil ich gerade im Creative-Bereich bin, also im Playground gerade, ja. Da macht es den maximalen Damage. 10er-Ticks sind das Maximum, was hier gemacht wird. Und zwar passt sich der Damage von dieser Zone immer der Zone an, in der ihr euch gerade befindet. Das heißt, wenn ihr gerade im Bereich, also sagen wir mal so, in der allerersten Zone seid, also das heißt, die allererste Zone hat sich gerade erst gebildet, also im Early Game, dann macht das nur 1er-Ticks, ja. Das heißt, wenn sie jemand da drinnen befindet, macht es nur 1 Damage. Dann geht es weiter hoch auf 2 und im Late Game sind es eben 10 Damage, ja. Und ihr habt ja gesehen, wie groß dieser Bereich ist. Dieses Ding, ja, das ist ja halt riesengroß. Und wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr im Late Game seid, also das heißt, wenn der Kreis nur noch ganz klein ist und, keine Ahnung, sich vielleicht 20 Spieler dort befinden und ihr diese Flasche irgendwo hinwerft, dann könnt ihr eigentlich die ganze Lobby, ja, wirklich die ganze Lobby ausschalten. Und das ist halt so hart, weil wohin sollen die Gegner denn gehen? Also wohin soll man denn flüchten, außer man schafft es aus dieser Zone nach oben, ja. Oder wenn ihr die Flasche irgendwo oben platziert, dass die Leute nach unten gehen. Keine Ahnung. Also das ist richtig hart. Was ihr auch machen könnt, was ich euch hier leider nicht zeigen kann, weil wir hier keine Zone haben, ist, wenn ihr außerhalb, also wenn ihr im Sturm seid, ja, das heißt, draußen könnt ihr diese Flasche auch hinwerfen und derselbe Bereich, der sich hier bildet, bildet in diesem Fall allerdings eine Schutzzone. Das heißt, in diesem Bereich existiert keine Zone, ja. Das heißt, wenn ihr draußen campen wollt oder irgendwie am Fighten seid, keine Ahnung, man. Ich finde das einfach übertrieben hart, ja. Also dieses Item für Slatecam mitzunehmen ist, also wenn man das hat, das ist halt GG, das ist halt vorbei. Ich schmeiße den mal nochmal irgendwo hin. Oder ich werde mal was anderes probieren. Und zwar möchte ich mal testen, ob dieser Kreis, also wie sich dieser Kreis bildet, indem ich jetzt hier zum Beispiel eine Fläche baue. Ich baue hier mal eine Fläche und dann versuche ich hier mal raus zu flüchten. Beziehungsweise, ich benutze einfach meinen Rift. So, ich schmeiße die mal hier hin und dann rifte ich und will mir das mal angucken. Ja, es ist halt eine komplette Kugel. Ja, und die ist halt schon riesengroß, muss man sagen. Wie gesagt, wenn man sowas irgendwo hinwirft, dann ist die einzige Chance zu flüchten in einem kleinen Kreis nach unten oder nach oben. Weil wenn der gesamte Kreis halt wirklich nur so groß ist wie diese Kugel und das ist ein ziemlich großer Bereich, dann ist es vorbei. Das sind 20 Sekunden, die aktiv sind. Also 20 Sekunden lang existiert diese Zone und im Late Game macht sie 10 Damage pro Tick. Ich muss mir das mal angucken, man. Also heute Abend ist zum Beispiel, also ihr könnt gerne bei mir heute Abend im Stream mal einschalten. Da ist ein Turnier, bei dem ich mitspiele. Da spielen zum Beispiel auch Benji, Mongral und so weiter mit. Also es ist ein 10.000 Euro Turnier. Ich werde höchstwahrscheinlich gar nichts gewinnen, aber ich werde trotzdem mitspielen. Und ich bin mal gespannt, wie sich dieses Item im Late Game spielen lässt. Wenn ich ins Late Game komme, ich versuche mal da ein bisschen zu performen. Also wie gesagt, könnt ihr heute Abend gerne bei mir bei Twitch vorbeischauen. 18 Uhr. 18 Uhr geht das Ganze los und da wird um 10.000 Euro gespielt. Und wenn ich dieses Item habe, vielleicht hole ich da einen Win, Leute. Ansonsten kommen wir mal zum Thema Polar Peak, denn hier hat sich etwas getan. Ich bin mal jetzt hier im Flugmodus drin. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Berg jetzt auseinandergebrochen und Polar Peak ist eigentlich weg. Also diese Burg hier vorne ist halt komplett verschwunden, ist eingekracht. Hier unten sehen wir noch so ein paar Bruchstücke davon. Und das Auge ist auch weg. Also dieser ganze Bereich ist komplett hier auseinandergebrochen. Ein bisschen schade, dass wir das nicht sehen konnten und dass die das nicht zumindest in irgendwie einem Video gezeigt haben oder so. Aber man muss sich jetzt das Ganze vorstellen, wie das passiert. Das ist so alles runtergekracht. Ihr könnt es mir vorstellen. So, das ist jetzt alles kaputt. Das Auge ist weg. Aber wir können ein bisschen verfolgen, wo sich das Auge hinbewegt hat. Denn wenn wir hier runter gucken, sehen wir unten hier alles bröckelt. Und weiter in diese Richtung. Dann sehen wir diese fetten Fußspuren. Ja, und ich weiß noch ganz genau, als ich im ersten Video, als ich über das Auge gesprochen habe, gesagt habe, ey, dieses Monster ist bestimmt so groß bis nach da von der Größe her. So von dieser Größe, ja. Weil wenn das Auge schon so riesig war, dann habe ich gesagt, ey, ich kann doch gar nicht sein, dass es so riesig ist. Leute, guckt euch mal diesen Fuß an, ja. Dieser riesige Fuß. Oh mein Gott, Mann. Ey, das Monster ist auf jeden Fall, wenn dann so groß. Oder das Monster hat einfach nur ein riesiges Auge und einen riesigen Fuß. Ja, aber es ist in Wirklichkeit eigentlich so ganz klein, ne. Könnte natürlich auch sein. Äh, das Komische dabei ist aber auch, dass es nur ein Fuß ist. Also, wenn wir uns mal diese Fußspuren angucken, dann müssten wir ja normalerweise immer so zwei Fußabdrücke sehen. Aber, das sieht aus, als wäre das irgendwie entlang gehoppelt. Ja, das heißt, wir haben hier den ersten Abdruck, da den zweiten. Also, die sind nicht nebeneinander, oder? Was meint ihr? Weil, das sieht eher aus, als würde er so bouncen. Das springt ja von da so so bounce. Und dann springt er hier hin. Dann springt er nochmal da hin. Guckt euch mal diesen Vergleich dann von diesem Fuß. Und diesen Fuß, das ist ja richtig lächerlich. Das ist ein richtiger Fußabdruck. Und dann springt er weiter nach da. Und dann springt er weiter nach da. Und dann springt er ins Wasser. Oder? Ja, also ich sehe ja sonst keinen Fußabdruck mehr. Die sieht man übrigens auch auf der Karte. Also, wenn ihr die Map aufmacht, dann müsst ihr diese Fußabdrücke auch sehen. Aber ansonsten sehen wir nichts mehr. Das heißt, dass er wahrscheinlich von hier aus ins Wasser gesprungen ist. Ist irgendjemand im Wasser? Also, ich sehe da nichts. Außer diese dunklen Flecken. Könnte sein, dass jetzt irgendwie irgend so ein Wasserungeheuer ist. Und wir vielleicht irgendwie auf der Karte mal irgendwie so ein bisschen aufpassen sollten, wenn wir irgendwie am Randbereich der Karte sind. Am Ende kommen wir irgendwie in den Takeln raus oder so und ziehen einen irgendwie ins Wasser. Aber das ist krass, ey. Also, das Auge ist weg. Das Augenmonster mit dem riesigen Einfuß ist jetzt weggelaufen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Dieser Bereich ist jetzt zerstört worden. Und die Story geht irgendwie weiter. Obwohl niemand die Story rafft. Keine Ahnung. Das war es mit dem heutigen Update. Danke schön fürs Einschalten. Gerne ein Abo und ein Like dalassen. Ich werde gleich noch ein Video recorden mit allen neuen Skins. Ladebildschirm, Spitzhacken und neuen Waffen. Es gibt neue Waffen, Leute. Seid auf jeden Fall gespannt und ich würde auch was sagen. Bis gleich oder bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.